Das Felsentor erwartet uns. Hoch auf dem Nedding-Gipfel. Im Pfälzerwald sind wir heute unterwegs rund um Hauenstein. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lass einen Daumen und ein Abo da. Dankeschön. Hoch über Hauenstein geht's zum Kreuzfelsen. Und dann geht's zum Kreuzfelsen. Und dann geht's zum Kreuzfelsen. Am Hühnerstein führt eine Stahlleiter Sparen. Diese super Aussicht genießt man vom Hühnerfelsen. Wow. Jetzt befinden wir uns auf dem Abstieg ins Quaichtal. Friedlich grasen im Tal Grundrinder, während wir durch das Quaichtal wandern. Mächtig ragt der hohe Kopf in der Stephans-Turm auf. Friedlich schlummerte im Tal der Paddelweiher. Hauenstein liegt uns zu Füßen. Durch diese Scharte am Mischberg müssen wir wandern. Dann genießen wir diesen Traumblick auf Hauenstein. Versen bis zu Füßen. Du tust. Abonniert. Durch das Kirchen. Teil des Bl swatches. B-B-B-B-B-B-B-B. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Untertitelung des ZDF, 2020